Herzlich Willkommen zu Playa der Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Donnerstag, der 18. Mai 2023. Wir haben kurz vor 12 Uhr mittags und ich bin schon wieder unterwegs. Ich habe jetzt den Wecker auf 10 gestellt, bin aber um 9 Uhr aus dem Bett gefallen. Warum immer. Der Plan ist aktuell, heute ist alle Väter, schönen Vatertag, an meinem Vater genauso. Bei anderen heißt es auch Herrentag, deswegen feiern wir heute Vatertag und Herrentag gemeinsam. Der aktuelle Plan ist, jetzt um 12 Uhr gehe ich mal in den Megapark rein zum Honk. Da war ich die Saison noch gar nicht, außer als er mal mit Easy aufgetreten ist. Und von da aus werde ich ein bisschen am Strand rumlaufen, an der Playa gucken, was hier so los ist am Vater-Herrentag. Und Wetter geht so, 21 Grad, recht bewölkt und ich könnte mal die Sonne wirklich heute nicht durchsetzen. Großartig Regen wird keiner runterkommen, der soll morgen kommen. Aber, naja, könnte trotzdem schöner sein, ne. Gut, müssen wir aber jetzt mit leben und jetzt gehen wir erst mal rein zum Honk und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und auch beim Auftritt vom Honk. Ich glaube ihr seid bereit, wo sind heute die Ladies? Wir brauchen hier nicht viel zu sein. Wo sind die Männer? Ja, er gab er mir einfach. Aber jetzt, jetzt kommt er, jetzt ist er hier. Hebt die Hände in den Himmel. Hier ist er, für euch, der Honk. Das Volk. Ein neues Kapitel der Musikgeschichte beginnt. Aus dem Tiefen des Wintermats verhalts sich ein musikalisches Himmel zusammen. Und gleich ist die Erde, der mit Grundschutz in Asche tangiert. Er verletzt das Sündkrachter unseres Unigatus. Der trip bei den Karger da. tama teier unserer Unigatus! chelle Jahre 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 Alle Räder toll. Alle Räder toll. Alle Räder toll. Alle Räder toll. Stczy AL-G Agreggen. keils Apai. Nossa, keils Apai. keils Apai. Opaenza. Schönen guten Tag mir abu. Annalena Der Haar, der Haar, keiner brennt, keine Stöten. Aber hey, der Haar, der Haar, keiner brennt. Hey, ein, 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 ein. Aber jetzt müssen die Hände nach oben, jetzt muss ich aufwählen. Wo sind die Walle, Freunde der Freunde aus Deutschland? Das ist der Mannschaft! Alle-聊天-Razdia! Alle, 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 alle! Leine Straße, wie ihr heute! Wir alle sind alle! Ha, aber komm, Appenamt! Alle, alle früher! Alle, 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 alle! Musik Wenn heute sind wir wieder boxbar, dann sind wir wieder boxbar. Wenn heute sind wir wieder boxbar. Wenn heute sind wir wieder boxbar, dann sind wir wieder boxbar. Wenn heute sind wir wieder boxbar, dann sind wir wieder boxbar. Wenn heute sind wir wieder boxbar, dann sind wir wieder boxbar. Wenn heute sind wir wieder boxbar, dann sind wir wieder boxbar, dann sind wir wieder boxbar. Und es scheint uns dann auch nicht so wie 2000 mal an Menschen. Und deswegen lieber sind wir einmal noch die Hände zu den Händen. Einmal noch! Ich war gegen die ungeklangte Nummer, mal gucken, ob ich boxbar kann. Put your fucking hands up! Der Kappellmeister! Ich habe einen Weg in meiner Baucherschöne. Und mein Pferd, wenn ich nicht aufhasse. Ich schieb an der Playa lang, ein Bier im Arm. Richtung Sonnenbomther ganz hoch. Und sie so hoch. Ich danke hoch. Und sie so hoch. Und sie so hoch. 13.50 Uhr, das war der Auftritt vom Honk. Ich habe mich auch noch mit jemandem unterhalten. und deswegen bin ich noch ein bisschen später jetzt hier unterwegs aber wir gehen jetzt hier mal zwischen Ballermann 5 und Ballermann 6 und hat das Suppgeschwader aufgefahren und da guck ich mir mal an was die da so fabrizieren da kommt der da die Prominenz vom Suppgeschwader komisch wir sind ja beim Suppgeschwader und da kommt die Prominenz vom Suppgeschwader ja leid ja 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 Und mein Körper kippt, wenn ich dich aufrasse, ist in der Diener, mit einem Mann aufzuschütteln, keine Wunschung für mich. Also wer sich fragt, was das hier gerade ist, hier ist gerade ein Musikvideodreh mit Honk, ja, Suchgeschlatter macht er bei mir, Geröder Doof und Keshi, also ich glaube das Hauptlied ist von Honk und Keshi, ich bin mir gerade nicht genau sicher, Hauptsache alle sind dabei. Ich hab ein Delfin in meiner Lochtasche und mein Pferd, wenn ich nicht aufpasse, frisst den Delfin. Es ist ein Schubtspräch, es ist ein Schubtspräch, er ist ein Schubtspräch, er ist ein Schubtspräch. Er spielt in meiner Lochtasche und mein Pferd, wenn ich nicht aufpasse, frisst den Delfin. Oh! 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 Neh nach oben auf die Brücke! Arme der Hände! Neh nach oben auf die Brücke! Wo sind die Paffigenhände? Nauf lauf, nauf lauf! Oh man, Hand imprison high! 15.14 Uhr mittlerweile. Kleines Zwischenfazit. Ist doch sehr gut gefüllt hier. Der Strandabschnitt, wo das Suppgeschwader ist. Gerade war auch noch mal Honk da. Also jetzt habt ihr Honk zweimal sogar live gesehen. Mittlerweile haben sich auch die Wolken verzogen. Zumindest größtenteils, weil hier oben ist die Sonne. Macht Spaß hier. Ich glaube, nach Hause werde ich jetzt erstmal nicht gehen, weil ich wollte eigentlich nach Hause gehen. Aber ich schätze mal, dafür werde ich heute keine Auftritte filmen, sondern mache einfach ein bisschen Strand mit. Und dann gehen wir später nochmal ins Latino. Und dann schauen wir uns, wo der Tag, der restliche Abend uns auch hintreibt. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier. Also wenn ihr an Vatertag, Herrentag noch nicht hier wart, dann kommt direkt das hier mal vorbei. Ist sehr lustig hier, wenn der Suppgeschwader aufhört. Ja, und wir sehen uns dann später wieder. Ja, und wir sehen uns dann wieder. Ja, und wir sehen uns dann. Ja, hm. Hallo, ça jetzt geht's. Das war's für heute. Hey! 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 Bravo! Kommentiert! Und immer bei Stefan in den Vischeutof. Sehr gut! DJ Robin ist auch angekommen an der Bleier der Palma beim Suchgeschwader. Er wird gleich noch für uns singen. Der Stanz stand da ein Mann, er schaute mich sehr glücklich an. Und meine Puffmama heißt Leila, sie ist schöner, jünger, geiler. Und seine Puffmama heißt Leila, sie ist schöner, jünger, geiler. Lalalala, lalalala. Oh Gott. Hallo, hallo, hallo. Keine Mädels, geile Jungs, da. Ich bin Stanz, mit einem Eiskartenbemmel in der Hand. Hab euch gerade eine Nachricht gesendet. Leute, geil, ist das Wochenende? Wir sind wieder Bumspark. Geile Mädels, geile Jungs, da. Wir feuern heut die ganze Nacht. Zusammen bis die Sonne wieder lacht. Geile Mädels, geile Jungs, da. Wir feiern heut die ganze Nacht. Zusammen bis die Sonne wieder lacht. Wo ist Jan? Ja. Bist du bereit? Okay, ich erkläre einmal den Refrain. Ihr habt alles schon mitgekriegt. Haben wir noch ein Cornichot-Glas für mich? An dieser Stelle, das wäre wichtig, wenn wir noch ein kleines Cornichot-Glas. Dankeschön. Weil das Motto vom Mainstream ist, ich trink, was mir gefällt. Also der Refrain geht, ich trink das, was mir gefällt. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich trink, was mir gefällt, ja ich trink, was mir gefällt. Warte, 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 warte. Jetzt wissen wir, wir brauchen Video. Freier Honika ist bald. Ich bin schon dabei. Freier Honika ist immer dabei. Wenn der ist, ich glaube wir kriegen das rosikalisch hin. Wir stoßen aber an. Er kennt sich die Kamerakonition. Er bringt ihn aus. Los geht's, hier ist es, Leute. Trinkt, was mir gefällt und macht ein bisschen Stimmung. Ich trink, was mir gefällt, ja ich trink, was mir gefällt. Ich trink, was mir gefällt, ja ich trink, was mir gefällt. Ja, ich trink, was mir gefällt, schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich trink, was mir gefällt, ja ich trink, was mir gefällt. Ich will wirklich mit dir gehen. Doch bevor ich dich kürze, Es ist eine stabile Mission Final match, no match to stay Ich brauch ein Bier Mann, ich sauf dich nicht schön Ich will wirklich mit dir gehen Doch bevor ich dich küsse Es ist eine stabile Mission Also bin ich nun so oft unterwegs Im Neonlicht Versaucht uns nochmal schön Nein, ich sauf dich nicht schön Ich will wirklich mit dir gehen Doch bevor ich dich küsse Es ist eine stabile Mission Bevor ich dich küsse Es ist eine stabile Mission Nein, ich sauf dich nicht schön Dankeschön Tobi 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 T Du bist sexy, witzig und schlau. Alle! Das, ja! Das, ja! Das, ja! Das, ja! Okay, komm her. Stehen. Ich werd mal zu euch rüber gehen. Ich schmeiß ne Runde, zerzieht. Du sagst mir, du bist Steffi. Steffi, komm her. Steffi! Wir sind jetzt Steffi. Komm, wir gehen heute Nacht zu mir. Ich gehör alleine dir. Doch vernascht wird heute, Steffi. Du bist... Steffi, 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 Steffi. Heute Nacht zu mir. Ich gehör alleine dir. Doch vernascht wird heute, Steffi. Du bist cool, der Steffi, Steffi. Und ich kann den Text noch nicht. Doch ich versuch es auch nicht. Denn ich bin der Jack Shelley. Keine Ahnung, was hier geht. Wollen wir mal die Hand rummachen? Ich mach einfach das, was er macht. Nur andersrum. Lukas Ballert hier wieder mit seiner Umfrage am Strand beim Suppgeschwader. Gerade kurz verfolgt. Ich schaff natürlich nicht, dass Reinstein war sehr abfragt, weil er wieder sein konnte haben. Von hier aus geht's. Und hier der weitere Überblick über den Strand an der Playa Richtung Balama 6. Hallo, Hase. Ja, mittlerweile hat sich das Wetter auch gut gehalten. Zwischen uns immer wieder ein paar Wolken, aber sehr viel Sonne dabei. Und hier ist Jacques Chalet. Ja, wir haben leider, leider sind unsere Cornichons oder aus. Ja. Du musst ein bisschen, nein, nein, ich mach nur ein Video. Du machst noch ein Video, da möchte ich kurz für alle, willst du Hochkant machen oder so? Nee, ich mach für YouTube so. Dann stelle ich mich so. Du machst YouTube. Leg dich ruhig hin. Also für alle YouTuber, die jetzt irgendwie auf Instagram das schauen, jetzt bin ich Hochkant. Jetzt nicht mehr. Wir haben ein neues Getränk für alle Suppgeschwader oder die, die dem Suppgeschwader folgen. Die leckere Cornichons, übersetzt die kleine Gurke, eingelegt im Gewürzwasser. Ich kann es sehr empfehlen, Cornichons. Gibt es auch hier in Spanien im gut sortierten Supermarkt oder im abgeküpferten Minimal. Heißt unter anderem auch auf Spanisch Peperino. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen und passt sehr gut zu den Tonics. Insofern möchte ich... Meinst du jetzt die Wurst... ...an dieser Stelle, das war für euch Jacques Chalet mit einem geistreichen Beitrag an dieser Stelle. Und ich möchte noch einmal betonen, dass ich nicht dafür von Kühne bezahlt werde. Stollenwerk und Stollenwerk und Stollenwerk. Meinst du denn jetzt die Gurke an sich oder meinst du jetzt das Wasser, was man daraus trinken kann? Man kann das Wasser sehr gut trinken. Die Gurken würde ich nicht trinken, weil man die kann man verschlucken. Das war jetzt das Wort zum Freitag. Donnerstag. Wir haben Donnerstag. Das Wort zum Donnerstag. Das Wort zum Donnerstag. Es ist der 18.05.2023 und ich möchte, dass dieser Beitrag auch nur am 18.2023... Nein, der geht morgen online, am 19. So schnell bin ich nicht. Morgen ist er online. Na ja, ohne kalt. Und das hier war Jacques Chalet und... Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr mit Connichons und mit Gurkenwasser macht. Also zumindest dürft ihr keine Gurken essen. Doch Gurken dürft ihr essen, aber... Ihr habt es ja verstanden, ne? High-Quality-Content hier. Tony, magst du dafür nochmal die Drohne starten? Das wäre super. Ja, ich würde jetzt ein, zwei Stunden stehen mit euch. Ja, immer. Sehr wach. War Zeit. Ja, ist der Renner. Ist er hier die ganze Zeit im Livestream oder was? Nein. Ist so ein Video. Live kann man sowas nicht bringen. Ich muss das schneiden. Ich muss das schneiden. Vielen Dank. 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 Ladies and gentlemen, ich bin um einen Applaus für unser heutiges Synchron-Schwimmel. Ich darf einmal namentlich vorstellen, der Subgeschwader. Todi, wir haben natürlich Musik vorbereitet. Wir fangen an mit einem einfachen Brustschwimmel. Wir fangen an mit einem einfachen Brustschwimmeln mit allen. Wir fangen an mit einem Brustschwimmeln Musik ab. Auf Wiedersehen, hier ist es um Geschwader mit Brustschwimmeln. Hallo, hallo, hallo. Wir fangen an mit einem... Wir fangen an mit einem einfachen Brustschwimmel. 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 hätte sin-ich- outlets gegeben. Wir fangen an mit einem einfachen Brustschwimmelm, eine Brustschwimmel. Übers uns von einer Brustschwimmel-Showahls-Schwammel-Weißer-wwww-Samte-Zack. Der Polizisten ist ein... Der Polizisten ist ein... Der Polizisten ist ein... WTF?! Ich bin ein... Und von den Straffenden! Die Kirche von Jörg! Tiefer, tiefer, tiefer! Tiefer, südlich! Und alle pflanzen! Auf der Luft nach der Fläche Auf der Luft nach der Fläche Deine Soße Das Video kann ich nicht mehr sagen Immer in der Luft Das ist... Stub, schub, schub, schub Stub, schub, schub Stub, schub, schub Okay, wir kommen zu unserem letzten Wettbewerb hier, wir kommen zu unserem letzten Wettbewerb. Wir kommen zu Blustanheisen unter Wasser, wir kommen zu Blustanheisen. Und es gibt natürlich Wetter im Senso, wer am längsten die Luft anhalten kann unter Wasser? So, wer glaubt, dass Katja am längsten die Luft anhält? Ja, mach da mal ein bisschen Lärm. Wer glaubt, dass Katja gewinnt? Ja! So. Wer glaubt, dass Verena am längsten die Luft anhält? Wer glaubt, dass unsere Spielsgeschwisterin am längsten die Luft anhält? Wer glaubt, dass Markus unser Meteorologian am längsten die Luft anhält? Ja! Okay, ich komme erst mal bevor ich zu unserem Vorstandsvorsitzenden will kommen. Marine, genau, unser Österreich, unser Österreich, unser Österreich ist der Führer. Ja, wer glaubt, dass Österreich uns am längsten die Luft anhält? Wer glaubt, dass unser Endpräsident Totti am längsten die Luft anhält? Ja! Okay, ich würde sagen, die Wetten sind gewinnt. Wir müssen alle mal ein bisschen, wir müssen alle mal ein bisschen so mit den Ohrenkörper nach vorne, dass ihr so in die Position geht, den Kopf unter Wasser zu lassen. Das machen wir! Ihr könnt auch, ihr könnt auch, die Wetten sind schon raus oder nicht? Ja, okay. Okay, wir machen das unter den Männern, wir machen das unter den Männern. Wir machen das unter den Männern. Also, alle Männer, wer am längsten vor euch die Luft anhält, unter Wasser. Also, einmal... Markus, Markus in Startposition, bitte einmal. Totti in Startposition und Marine, bitte auch hin. Noch nicht, noch nicht hin. Nein, Martin stirbt dabei. Aber wenn du stirbst, hast du auch gewonnen, ne? So, jetzt sei denn... Markus, jetzt sei denn, es stirbt noch einer, denn es ist nur ein halber Platz. Also... Also, alle Männer, Marien, Prinzip ist verstanden. Noch nicht, oder? Marien? Keine untertauchen. Doch, untertauchen. Wir müssen die Unterrechte auch mal untertauchen. So, okay, wir haben einen Wettkampf zwischen Markus und Totti, um die neuen Präsidenten vor sind. So, also, Totti und Markus sind auch übergeblieben. Also, wir starten aber gemeinsam auf drei und wir zielen gemeinsam rückwärts. Drei... Zwei... Zwei... Eins... Und runter mit euch beiden, runter, unter Wasser. Markus und Totti, unter Wasser, los. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Elf... Zwölf... ... ... Cambridge Grad gewonnen. Ich bitte um einen Riesenapplaus für den allerschlechtesten medieval luftanhaltend returning. Bei der hat niemand hier entstanden für sie gemeint. Alter! Das ist doch mal ein paar. Das ist doch mal ein paar. Sag mal, was stimmt für die Rechte? Ich gehe zum Pädoyle, der nächste Pädoyle, bitte! Kannst du die Karte abholen, die Platte in ihr Po! Platte, 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 Platte! Okay, als Finale haben wir eine kleine Wasserstrohme dahin geplant. Einmal das Wasser so hochschneulen, ob wir es können. Das Wasser hoch! Dankeschön, das war für euch unser Wasser-Belle-Wart. Dann kommt es auf das Gehirn. Dankeschön!